oder eine luftschleuse ich glaube das nennt eine luftschleuse irgendwie riecht das hier nach ärger und wieder rein in die olga noch einen schluck trinken dem geht es auch nicht so gut empfangsbucht stromreaktor lift ich denke mal hier können wir noch nicht zum einsammeln die geräusche schon wieder was war nicht das hier nichts drin hätte sein können ja komm aber brauchen wir genauso viel schuss wie mit anderen hat jetzt nicht so viel gebracht ok ich höre doch da jemand rumlaufen gefangenen transfer ich glaube doppeln geht action oh das ist offen ok gehen wir erstmal da rein bevor wir das entsperren hallo ähm ok die pistole oh das ist ja fisch immer wieder die große flinte komm kletter torsicherung sehr gut das habe ich nur gar keinen schalter gesehen wo die rein muss achso hier vorne an der tür wahrscheinlich wo wir noch gar nicht versucht haben reinzukommen ok 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 oh legen wir mal los ne kämpfe mal gegen den Dann geht das Ding bestimmt auf, wenn wir davor stehen oder dann vorbeilaufen. Ach, da hat er aufgemacht, ja. Ich habe gerade nur überlegen, bevor wir jetzt gehen, das ist doch so eine Kiste, die man bewegen kann, ne? Ne, das ist nicht, sonst hätte ich es schon genommen. Cool. Sehr viel Munition für die große Flinte. Okay. Betten, der kommt gleich. Nein. Viel zu groß wieder hier. Da passiert doch was. Komm, mach zu. Ich höre Dinge. So, erstmal noch Loot gucken, bevor wir da hochgehen. Dann. Das ist die Frage. Oh, da ist jemand. Das hätte sich was in der Turbine verhakt. Wie sind die da reingekommen? Nein. Das ist die große Frage. Ah, noch ein Energie im Wandler, genau. Die können wir ja verkaufen. Da oben nicht was. Heißt, ich will da hoch. Geht es hier lang? Ne. So eine Kiste? Ah, ne. Hier gezogen. Da. Gewoll war Muni. Als hätte sich was in der Turbine verhakt. Ja. Hat es sich ja auch. Schnipp. Oh, oh. Das klingt grad alles nicht so gut. Wieder hoch. Wieder hoch. Schnell. Woih. Wo públic. Woowe. Ellis. Heather. Ohbohbohbohbohbohbohbohbohbohbohbohboh Aaaaaah, keineśmustu! Scheiße, alter! Die Viecher sind so fies! das war scheiße dachte da waren noch zwei aber das zweite ist runtergefallen probine läuft wir müssten strom haben gucken mal ob er zurückkommt ich habe sie in den zweiten kontrollraum geschafft wurde langsam zeit bereit wenn du es bist ready when you are bei auswahl 494 ist nicht viel aber wir können das mal auf jeden fall verkaufen und das weiß ich halt nicht nur entschlüssel ja lass mal was können wir mit dem stock noch machen blogschutz schadens upgrade 900 sind schadens upgrade hätte ich schon guck drauf es ist nämlich eine gute nahkampfwaffe es ist alles kostet haben auch ein schadens upgrade für 600 ok ok blöde handschuhe schrotflinte 1200 für stabi update und dann nochmals 1200 für die seite verrückt ja komm dann gucken wir das war das ding mal aufleveln revolver munition haben wir genug da findet sich immer was dann starten wir mal das ganze hier boah ich bin klitschnass, ne? ok ich wende die raupe, ihr trefft uns roffen ich wills hoffen hoffen? jawoll klingt gar nicht mal so gut, ne? klingt gar nicht mal so gut, ne? Der einzige Weg in die wahre Freiheit ist der innere Weg. Nur wer sich selbst kennt, kann sich so entwickeln, wie es seine Bestimmung ist. Genau. noch ein entschlüsseler hier machen die wieder zum leben hier 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 Oha, ich glaube, der da erweckt wird auch zum Leben erweckt. Der hat nämlich keine Schneeballen an der Beine. So wie die anderen hier. Du, einfach ich. Recht. Okay. Alter, das ist so viele, ne? Haben wir uns versteckt? Ne. Oh ne, nicht so einer. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Ich hätte gedacht, dass er doch kommt. Ich hätte noch stichen können, Idiot. Ja, Moment. Ja, ja, ja. Ich will hier erst aufräumen. Der lebt. Was ist das? Da steht noch einer. Ja, ja, ja. Ich will nur mal gucken. Und technisch verstehst du? Was mit dir? Ja. Ja. Okay, das ist nichts. Ja, 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 ja. Oh, die Arme von ihr wollen aber nicht so. Nein. Ah, jetzt. Was ist dein Problem? Sei still. Wir sind gleich da. Zum Hangar geht's dort an. Ich weiß. Was? Gut. Und wo fährst du hin? Bin gleich wieder da. Was? Aha. Hier. Das ist ein frachter Clown. Mein Gott. Das ist mein Schiff. Hey, Debbie! Was macht ihr hier? Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Danni! Wo zum Teufel willst du hin? Danni! Ja, das war mein Schiff. Damit sind wir geflogen. Oh, sie sind die Frachtluke. Hm, obwohl ich am Anfang hier schon alles weggelootet habe. Ist immer noch was zu finden. Kaya, hier ist Max. Ich brauche deinen Rat. Hast du die Aufnahmen gesehen? Das arme Kind. Ich versuche immer wieder mit Jacob darüber zu reden. Aber es... als du heute immer nicht tun willst. Los jetzt! Fracht ist gelassen! Finale Prüfung! Das kann alles kein Zufall sein. Ich werde herausfinden, was hier wirklich vorliegt. Ich meine... Das war unser Tutorial hier. Mal kurz die Lage checken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas ungewöhnliches. Nö. Hey! Was tust du da? Was ist da drin? Ähm, Medizinkram. Bullshit. Mach's auf. Warum? Weil ich es sage. Und weil wir vorher irgendwo hingehen. Okay, gut. Handabdruck durch der Handschuh. Was? Ja, hab's dir das gesagt. Aber... Langakten hast du mehrmals geliefert, kurz vor dem Vorfall. Ja, ich und viele andere Frachter. Versuch nicht, dich lautzureden! Du steckst damit drin! Ich hatte nichts mit der Sache auf Yoruba Tü... Oh! Oh! Was ist mit dir? Ah, dieses... Im Platan vernebelt mir den Verstand. Das ergeben keinen Sinn. Aber ich finde es raus. Und in der Zwischenzeit reißt du dich zusammen. Irgendwer muss uns hier rausfliegen. Komm jetzt, wir gehen! Ein Bitte wäre nett. Hier lang. Was dachtest du, würdest du finden? UJC Biokampfstoff. Von Europa hierher verfolgt. Zu meinem Schiff? Das dachte ich mir. Scheint da echt kalt zu sein, ne? Der Verfallraum ist direkt vor uns. Mach dich bereit. Nein. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Schlüssel. So, warte mal. Ähm... Was ist ein normaler Schlüsselwert? Aber auf jeden Fall mehr als der. Ja. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Zugriff. Aber ich komme nicht ins System. Warte! Warte! Nicht in den Schiffeneinlass! Wartungserlaubnis wurde er. Befehl aufheben! Wir sind Wachen! Befehl aufheben! Stimmt, ich muss irgendwie so einen Roboter töten. Oh, haben wir ja genug. Da sitzen noch zwei. Ah. Als Warden von Black Island möchte ich Sie auf Callisto willkommen heißen. Danke. Sie kommen zu einem guten Zeitpunkt. Wir beginnen einer neuen, strahlenden Zukunft. Luchtschläuse! Ich hatte keine Zeit, auf den Datentransfer zu warten. Ich muss alles darüber wissen, was hier vor sich geht. Aber du hast es einfach raus. Ausgerissen? Als hättest du nicht schon dasselbe getan. Bei jemandem, den ich kenne. Kanntest du ihn wirklich oder hast du ihn nur zur Flucht benutzt? Hm. Tu schei. Das Schiff wartet im Orbit. Ich aktiviere den Fernwurf. Wir können den Aufzug im nächsten Raum nehmen. Ja, von da aus sind wir losgeflogen. Ich erinnere mich. Ich rufe den Aufzug. Warum brauche ich so viel Munition? Was kommt auf uns zu? Ah, wir haben aber genug, oder? Guck mal, wir haben 24 für den Revolver. Ähm, 13 für die normale Schrotflinte. Und 12 für die erweiterte Schrotflinte. Joa. Lass mal. Da ist so ein Roboter. Bringt das was, wenn ich den töte? Kann ich ihn überhaupt töten? Ne. Ne. Noch einer. Oh. Spratzl, Spratzl. Oh, das sieht aus, als wenn da oben was versteckt wäre. Ich muss dann gleich mal hoch. Ne, geht nicht. Was zur Hölle hat Kohl vor? Proben, die in modifizierte Gamma-2-Frachtcontainer verlagen wurden? Dachte er, der Einsatz von zivilen Auftragnehmern würde irgendwie verhindern, dass ich es herausfinde? Das ist keine Wissenschaft. Das ist reiner Wahnsinn. Sonst nichts Gescheutes gefunden hier. Ja. Danke, man. Hau ihn mal los. Ah. Ah. Sind gleich da. Ja, sind wir. Ohne deine Hilfe hätte ich's nie geschafft. Ich weiß. Das scheint dich nicht zu überraschen. Was denn? Nichts von allem. Und der ganze Scheiß, der hier abgeht. Sowas hab ich schon mal gesehen. Auf Europa. Europa? Die Nachrichten behaupten, dass ihr das wart. UJC-Propaganda. Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Wie bei mir und der Fracht, die ich transportiert haben soll. Vielleicht. Ich würd's gern glauben. Hm. Cool. Da ist es. Das passt genau. Das ist viel größer als mein altes Schiff. Kannst du es fliegen? Ja. Ich kann alles fliegen, wer das hier wegbringt. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Ja. Man muss akzeptieren, was man nicht ändern kann. Oh oh. Trotzdem. Sie sind wirklich weit gekommen. Vielleicht hatten sie beide doch Potenzial. Mr. Lee und Miss Nakamura. Ihre Reise war besonders wild. Den ganzen Weg von Europa. Nein. Schießen jetzt Römer. Was? Doch leider steht zu viel auf dem Schiff. Und das Protokoll muss erfüllt werden. Auch wenn dies ihr Ende ist. Scheiße. Haben sie sich meinen Respekt verringt. Alter. Nein. Nicht. Lauf. 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 Scheiße. Jetzt hatte ich die Finger nicht auf die Knöpfe. Oh Gott, Alter. Wow, wow, wow. Ja, ich hab gelenkt. Wirklich. Wow, 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 wow. Achso, nach oben und unten geht gar nicht. Es geht noch rechts und links. Okay. Ah. Junge, wo sind wir denn jetzt? Helm verloren. Ah. 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 Sie ist auch da? Donnie! Donnie! Die war auf dem Schiff, dieser Jake in the Box. Auf meinem Schiff. Okay. Das ist nicht Donnie.